So, herzlich willkommen zurück, Folge 3, The Forest. Mit Nixen, Sky und Trice und natürlich meine Wenigkeit, Essie. Wir hatten in der letzten Folge angefangen, unsere wunderschöne Holzhütte aufzubauen. Wir haben jetzt auch genug Holz, um sie fertig zu stellen. Also würde ich sagen, let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Nix her. Dann basteln wir mal fertig. So, die letzten beiden. So, wer macht hier Huckeback und so? Was, nee, jetzt brauchen wir mal eine Treppe. Warte mal. Aber die kriegen wir ja schnell gebaut, wir haben ja mal ein bisschen Holz hier. Genau, fahr das Gerät mal weg. So. Ich speichere mal hier oben. Kann jemand Tutsi mal mit reinziehen, bitte? Tutsi darf nicht mitspielen. Und die darf aber bitte, äh, reingezogen werden. Mahlzeit? Ja, hallo. Aufhören und rülpt. Also darfst du mal herzliches Hallo sagen. Hallo. Hallo Tutsi. Oh, ein, 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 oh mein Gott. Stairs. Ich glaube, wir brauchen normale Stairs, oder brauchen wir? Custom Stairs. Custom Stairs nehmen wir. Gut. Ähm. Ähm. Ups. Hä? Das klappt irgendwie nicht so ganz, wie ich das möchte, oder wie? Ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Was los? Das weiß ich noch nicht. Äh, nee, das ist nicht das, was ich will. Der's. Weil die kann ich irgendwie nicht da dran heften, ne? Nee, heften nicht. Du musst die da selber dran stellen. Geh kurz am Grill, dann geh ich wieder Holzfarben, ne? Äh, ich kann schon wieder nicht laufen, ne? Das sieht doch gut aus. Gell? Ah, nee, 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 die muss man mal machen, die zu schräg. Hier ist ein richtiger Spalt dran, sieht nicht schön aus. Das würde ärgern. Okay. Hier guckst du, guck mal von der linken Seite, da siehst du das nicht meine. Ich glaube es dir sogar. Also, dann nochmal. Ja, ist halt immer das Problem, wenn du das so siehst, dann kannst du das nicht richtig ausgleichen. Aber ich kann ja von hier gucken, warte mal, ist ja das geile hier. Kann ich mal direkt in den Schnellen gucken, krass, oder nicht? Sag, wenn du meinst. Ah, nochmal einmal komplett drehen. Das Drehen ist natürlich schon ein bisschen doof mit dieser R-Taste. Einmal zu weit gedreht. Ja, das sieht gut aus. Ja, da bin ich ja froh. Das sieht super gut aus, sieht richtig schön aus. Dann schaff doch mal schön die Baumstäppchen hier rein. Wir brauchen nur noch zwei Stück. Oh mein Gott. So, wir möchten alles speichern. Du musst ja einfach nur durchlaufen. Ja, die Tür geht auch und zuvor alleine so. Ja, das ist ja lustig. Ja, das ist klasse. Ja, dann speichern wir doch mal. Ja, keiner was klauen. Ja, die Einwohner könntet den nicht mehr nutzen. Und so sollst du eigentlich gerade automatisch mit oder was machst du? Was? meine liebe tutsi ich hatte voll in die luft gebet hier draußen ich bin ausgelaufen geflogen werden kann die ball ein bisschen durch der hinterm kranz so und jetzt haben wir dann vorher stehen er zieht doch weiter an ja schön hier mir gefällt es hier auch wenn es gerade dunkel ist hier water collector stell mal hier einen nebenher wo es die köln stein ich bin ein stein doch kein mehr mehr taschenlampen-mähne ist wieder da sowieso wenn ich ein stein okay sehr schön gemacht was sie ja gerne am kurzen sind echt die brandpfeiler am anschließend groß ja vor allem gehört er mir jetzt da gibt es jetzt erst mal ein dick fett was zum fressen was ist das denn für ein ding was für ein ding was muss ich denn da sammeln ach das ist acht das ist ein schildkrötenpanzer hab ich hier setzen wir einen da runter wo denn wo das ist ein water collector wenn es regnet wahrscheinlich ja ich konnte nur ein panzer tragen glaube ich ja ich bin meine schildkröte jetzt können wir sehen ich habe einmal kopf aufs lagerfeuer gelegt wer nach einem stückchen gehen möchte du kriegst den kopf nix ganze kopf nicht essen also ich konnte gerade nicht ich habe nur den skelett kopf danach bekommen ja du kochst du einfach nur ab ja ok ich würde mich jetzt mal verabschieden ja wenn du musst du ins Bettchen oder wie Tutsi sagen würde ne m ach da antwortet sie wieder ja Tutsi meine frage die du noch nicht beantwortet hast schaust du gerade zu oder äh ne geht irgendwie nicht keine ahnung ach so warte du lehnst irgendwie ab sagt er mir immer mal gucken ob das funktioniert ohne dass jetzt mein rechner abschmiert weil ich ich hoste den server ich mach ne aufnahme und jetzt mal gucken ob du zugucken kannst du da noch soll ich nochmal probieren äh ich habe es gerade angenommen äh bei mir wird dabei jetzt gerade nichts angezeigt ich hab vor ne viertel stunden ja ok 5 minuten habe ich es einfach ausprobiert mhm und jetzt habe ich es gerade aktiviert oder auch das geht bis morgen hier war es gut mit linksen tschüss 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 na mal gucken weil mir etwas anzeigt so ich habe noch ein Schildkrötenpanzer den setzt sich jetzt drauf ne mach das mal da sind zwei fertig wie funktionieren die das werden wir dann sehen wollen im moment habe ich noch schwarzen bluschen ach so jetzt gehts da ist wasser drin können trinken ich habe mich gerade voll getrunken äh äh was musstest du machen äh und stellst dir vor und eh du komm zum zeichen wenn du davor stehst eh gedrückt halten mhm tschüss hast du das spiel tut sie ah ja ich habe auch was da drin das dingo hat das aber ich nicht oh ich bremme rutschling dann reicht mir zwei coole Sache was habt ihr jetzt gebaut was habt ihr jetzt gebaut ja du kollektor ah ja genau ja hab ich jetzt auch gerade gesammelt dafür wo habt ihr schon zwei stück zwei stück steht der Schmerzschilder schon dringend und schon dringend ein Schluck würde ich gerne nehmen oh ja ist toll oh das tat aber gut er hat frisches Regenwasser das ist richtig erfrischend oh das ist leer getrunken oh tut mir leid aber wenn wir ein paar da hinstellen haben wir immer was zu trinken ja was wird leer angezeigt aber ich kann immer noch trinken auch nicht schlecht ja das ist doch gut ja vielleicht ist es kollektiv so isst mal jemanden auf den fuß genau ja den habe ich gerade reingelegt damit ich essen kann ja gleich helles Licht in der Farm oh ich habe eine Batterie gefunden ja schon mehrere ich habe vor 50 Batterien cool ich habe zwei Pakete ne 3 sogar drei Pakete Batterien so ich habe noch einmal Fuß ah jetzt das ist live wie siehst du das denn wie viele Batterien du hast kannst du zählen wenn du da drüber gehst ach jetzt sehe ich das eins zwei da ja da hab jetzt vier oh federn ach ja ja das kenne ich das hat Dingo auch gespielt ja äh aber ich kann es leider muss sie irgendwie ab äh abdrücken genau muss sie irgendwie beenden weil äh das ist zu viel leider äh genau richtig gewesen ja direkt gefüllt ist das nicht schön das müsste reichen jetzt wir sind zu dritt jetzt hat jeder so eine Schale das ist schön das ist schön ja Mensch jetzt haben wir ein Haus jetzt haben wir zu trinken zu essen kriegen wir auch eigentlich ein Rack wie cool ist das denn Waffenständer den baue ich jetzt mal hier hin den stelle ich mal hier neben dann kann man sich mal Waffen nehmen weißt du fand ich ganz gut mhm so da ah noch mal stickies das glaube ich oh doch doch ja ich hab so was kann man denn da hinstellen warte mal äh hab ich da jetzt grad meine oh ich will meine Axt wieder zurück ach cool ja Tatsache meine Axt ist da drin falls meine Axt mal nass sein soll kann ich sie zum trockenen aufhängen achso die Waffe die man ausführt warte ich mal gucken kann man mal den Bogen hinhängen warte bestimmt jawoll geile Sache oh warte ich hab auch noch was cooles ey dann kann man bestimmt mehrere Waffen bauen ey genau ah hier den Totenkopfschläger hab ich mal dazu gehängt so dann ist man auch ein bisschen leerer wieder ja Paul ich baue jetzt noch einen Bogen warte ich baue aber erstmal was stickies oh ich hab ich hab ne Platine sogar noch ey die Platine kannst du Bomben bauen Bombtimer ja mhm Wessi ja ich glaube jetzt mit dem neuesten Update bei einem anderen Spiel ich weiß nicht ob ich das sagen darf äh kannst du jetzt deine Base auf einem gewissen Tier bauen auf einem gewissen was auf einem gewissen was auf einem gewissen Tier das was sie angekündigt haben ja natürlich darfst du das sagen ja ich hab ja auch Netzplay über Ark also gar kein Problem ähm ja soll wohl jetzt äh mit dem jetzigen Patch wohl ähm drin sein so wie es aussieht ist aha cool was mach ich eigentlich mit den Zähnen was ist eigentlich das werden wir beim nächsten Let's Play von Ark dann auch natürlich äh ja mit den Zähnen kannst du auch irgendwas basteln ich habe übrigens eine Bombe jetzt gebastelt also falls wir irgendwo ein Dorf finden sollten wo irgendwas versteckelt ist im Boot dann können wir das aufsprengen aus was hast du denn die gebaut jetzt aus was ja aber ich habe auch viele Sachen Bombe baust du äh Medics ne keine Medics und es soll vielleicht auch Affen reden Metallstücke ok also prima hatten lasse lassen wir uns einfach mal überraschen jo wann soll das Update kommen äh das Update ist jetzt schon raus nur unser Server leider hat es noch nicht ah muss er erst restarten ja muss er erst mal updaten mhm so schön also äh fassen wir zusammen wir haben auf jeden Fall schon mal einen Waffenständer und New Collector was fehlt mir denn noch? auch ich habe auch eine Bombe und mit der Bombe kannst du sogar noch weitermachen also ich nehme jetzt meine Coins meine Plattine mein Planzine oder was aber das ist hier äh Alkohol wo freue ich noch? Hallo? Plattine keine Ahnung ach ja die Uhr die Uhr die Uhr aber du kannst mit der noch weiter craften was kann man denn damit noch machen? Atombombe keine Ahnung jetzt weil alle Sachen durch dich habe aber nichts geht ja ja das ist schon äh noch ja egal auf jeden Fall habe ich eine Bombe diese Vögel noch eine Feder naja naja klar was mache ich mit den Knochen? hm keine Ahnung wie das funktionieren soll das müssen wir alles nach und nach ausprobieren aber es sollte jetzt erstmal wieder hell werden langsam so was können wir denn jetzt eigentlich ja schönes machen wir haben jetzt ein Häuschen wir können gleich ja mal vielleicht noch eine Verteidigungswahl bauen ach hier store live rabbits in a cage und watch them multiply ja du musst aber in der Nähe äh oh oh ich bin angegriffen von drei von drei stück ich hole schnell meine Bogen raus vier so auf jeden Fall einige sehr schön ich habe nur noch zwei Pfeile aber einer hat schon mal wechseln so ich konnte ich meinen Boden wechseln danke hab ich alle tot? oh ich bin nochmal um vielleicht muss er hier oben gehen ach so der ist jetzt grad bei mir umgefallen ja sieht ruhig aus soweit da muss ich auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar Pfeilchen machen äh so wie war das jetzt? ach bei dir gar nicht ich habe schon wieder komplett vergessen Bädern und Stock quasi ah ich bin noch ich bin noch hört mich nicht an Federn wo waren denn die Federn? die Vögel ja in meinem Inventar äh links oben an dem Rucksack ach stimmt so dann habe ich mal zehn Stück und nochmal das ist jetzt mal ein Stein denn? ich war anhängerecht aber jetzt habe ich 15 Pfeile das sollte dann erst einmal für ich habe noch elf jetzt die nächste Angriffswelle reichen ich habe noch elf jetzt warum brennst du da? hab ich da wieder einen gehört? dachte ich hätte schon wieder so einen Ureinwohner gehört vorsicht Aua alter Kittel vor allem mit hallo hier wird gearbeitet wie war das Sprichwort worüber gearbeitet wird fallen Späne oder was? gerobelt ach also mit Sprichwörtern habe ich es ja nicht so er kriegt es schon wieder nicht hin mit dem Baum jetzt hat danke hat dann wieder getroffen sehr freundlich so dafür dass wir jetzt auch schön unser The Forest spielen passt das natürlich bestens meine Ausrüstung hier und zwar ein Energy Drink und einen Schokoriegel so legen wir das mal hier rein sehr schön sehr sehr schön supergeil so jetzt lass uns mal in unser tolles Tagebuch einschauen was wir uns bauen können Custom Building Furniture Traps Food and Water so da ist es doch mal interessant Water Collector haben wir gebaut ich will jetzt diese äh diese Hasenfalle mal bauen 6 Stöcke 2 Seine das müssten wir hinkriegen Problem sind hier sind keine Hasen die werden da nichts drin haben die Hasen müssen auch rein reinfallen also es war immer so dass die Hasen auch rein rein müssen dann löst die Falle auch aus wir testen das jetzt einfach aber es ist ja auch schon ein bisschen länger her naja auch nur noch 13 Stöcke ach das ist das naja logisch cool ich habe noch eine Waffe gefunden hier lag nochmal so ein Knochen mit Schädel ich habe auch eine schon reingepackt in die Dings ne ich habe auch eine schon reingepackt in die Dings ne ähm es gibt ne Explosions also so wie so ne so ne so ne so ne so ne Claymore Mine mit mit nem Draht und dann ein eingeborener Durchlauf und explodiert das die explodiert die Bombe soll ich mal so ein Ding hier hinsetzen warum wollen wir sowas? sonst knallt ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Stöckchen sammeln also ich stehe jetzt so ein Ding rechts neben die Fackel also die rechte Fackel steht so ein Ding neben ach ja das ist ja cool Vorsicht ich weiß nicht ob das großartig Auber macht Alter da hast du ne Bombe dran gemacht bis du das Wahnsinns ja das ist ne Falle ja das ist ne Falle kannst du ja mal ausprobieren mh nein coole Sache was dich schon anders machen hol das erstmal Stöckchen für meine ersten Falle ja wenn ihr schon ne Bombe bauen könnt kannst du wenigstens sowas bauen ist ja auch nicht schön also wenn du denn schon sowas baust Guten Tag ist es nicht schwer weiter zu bauen das sieht schon wieder aus mit meiner Versorgung ich wollte doch kein Baum oh ich bin full fulli full wollen wir dann auch Verteidigungsmauer bauen? ja da müssen wir mal schauen so was man da so alles machen kann alles alles schön schön Verteidigungswahl die Koffer haben wir da Sachen mach dir grad wieder auf komm mal mit 6 Balken wieder runter mach ich mal unten da einen Sicherungskasten das sieht so geil aus aber warum habe ich immer noch das Feuerzeug ey freu doch nimmer so jetzt komm Hasenfalle ist fertig aber das ist keine Falle oder? ja so voll wenn das so ein Korb ist mit einem Stick unten drunter das Ding ist fertig aber das sieht voll langweilig aus ja das müsste so ein Korb sein der umgedreht ist ja aber ich sollte eigentlich noch ein Seil dahin machen was soll das sein? du musst die Falle auch aktivieren ne? also völlig weiß äh ich kann hier gar nichts machen in dem Ding du hast du äh so ein Käfig gebaut noch Käfig? ach das ist ein Käfig sieh da können wir dann die die ablegen ach die sollen sich dann drinnen vermehren also scheiß renn nicht durch die Bombe ne? wo ist die denn? da vorne wo es blinkt beim Eingang ach da ach da oh da wäre ich beinah vorhin durchgerannt das haben die eingeboden wenn die da hier nachher gerannt kommen dankeschön sehr nett spüren wir jetzt hier am Strand hallo es schmeißt zurück komm so hier und hoch oh das war Fehlwurf Entschuldigung was kommt denn jetzt hier? weiß ich nicht oh ne war gut oh aaaaaaah uch uch wieso? das haben doch gefangen oh ich hab ihn und zurück weg jieh oh das war verrückt ich zieh auf dich werflucht oh der ist gut oh nein er ist weg er ist weg ok ähm ja das ist schon irgendwie lustig du meinst noch Platz in diesen Dinger da hinten ne aber der Lockslet ist noch Platz in dem einen ja ich hab ja den gerade voll gemacht das ist meiner der da liegen steht konnte nichts mehr wegpacken hab ich den da stehen gelassen ähm ne der ist ja auch voll ich würd sagen wir brauchen ne Mauer wir haben doch genug Leute noch und hier rufst du also wir können weit kommen äh welche möchtest du denn? äh welche möchtest du denn? wo sind die Defensive Walls? oder? hier bauen Storage Closives Holder oh gut Medizinschrank Snackbar und hier drinnen können wir uns zum Beispiel ausloggen ohne dass was passiert oder was Custom Building hier sind es Basic Wall und Defensive Wall ähm ich schau es mir auch gerade mal an ähm unter was finde ich denn die? ähm äh Custom Buildings jetzt ist das in der Mitte eigentlich aber das das steht schon rechts ach toll Moment 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 wo ist denn der Lagerfeuer? von der Links hier hier hast du da ne Banking gesetzt? oh ist das schön ey Fessy hey du bist geil aber hallo ist oh groß stehst auf und brennst fiesel warm hier du brennst direkt ey nö nö Glück gehabt ey man kann es ja auch rückwärts hin dann wird der Rücken gewärmt Mensch Sky möchtest du nicht auch deinen Rücken wärmen? das ist doch schön rückwärts hin rückwärts hin rückwärts hin rückwärts hin hier aber wenn es hier nicht gut gehen kann so Jungs kommt lass uns hinsetzen und über die jetzige Folge reden Uhr ich hab keine Uhr ich hab Uhren ich hab Uhren da rückwärts ich suche nach den ich guck mal ob irgendwo oder was finde noch yes ja ne dann haben wir ja eigentlich schon den Plan für die nächste Folge Defensivverteidigung weiter ausbauen ja wo willst du denn dahin bauen die Mauer weiß ich äh äh ich hab mir gedacht dass wir so so wie über den Stein so einer rumbauen so dass diese kleine den kleinen Strand so ein bisschen umzäunen nochmal ah ich hab diese Defensivverteidigung habe ich schon gerade gesehen ja aber dass wir dann hier zum Beispiel hier so anfangen wo ich hier jetzt hier grad stehe also von der Hauswand aus oder was ja so hier hinten so so hier zum Beispiel vom Wasser dass wir hier anfangen ne hier dran stehen ja war dann einfach nur kannst du ja von da anfangen bis hier rüber zum Beispiel hier hin nur nicht nur nicht ganz da dran weil ich glaub die können da runter springen ähm ich würde sagen das heben uns auch direkt für die nächste Folge auf ja die Mauer das ist auf jeden Fall unser Ziel für die nächste Folge ich habe nämlich schon mittlerweile schon wieder das Outro laufen äh wir haben mal wieder schon 31 Minuten Folge hinter uns und äh ja ich bin gespannt wie diese Mauer aussehen wird und freue mich auf die nächste Folge somit äh vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye